Herzlich willkommen zu Talk in Town vor dem Spiel gegen VfL Eintracht Hagen. An meiner Seite Bob Hanning, Trainer des VfL Potsdam. Bob, wie warst du mit dem letzten Spiel in Dormagen zufrieden? Ich meine, du kannst natürlich nur zufrieden sein mit diesem Sieg, aber wie ist die Analyse jetzt ausgefallen im Nachhinein? Tja, also erstmal sind wir tatsächlich froh, dass wir das Spiel positiv gestalten konnten, dass wir mit zwei Pluspunkten nach Hause gekommen sind. Vorm Spiel die Situation, dass mit Dustin Kraus ein weiterer Spieler wegen Gehirnerschütterung aus Grund des Fouls gegen Coburg nicht mit dabei sein konnte. Da muss man noch ein bisschen umbauen und gucken, wie wir das gelöst kriegen. Dann kam die rote Karte von Joshua Thiele dazu, was so ein Stück weit die Stabilität uns dann auch genommen hat. Die Mannschaft hat die Aufgabe aber dennoch gut angenommen. Wir haben einen sehr guten Rückzug gehabt. Wir haben wirklich gute Verteidigung gehabt, zusammen mit Emil Hansson und Mathis Langhoff, die Joshua Thiele gut hinten ersetzen konnten. Das war für mich eine positive Überraschung und genauso schön war es, Josef Simic zu sehen, der vorne seine Sache am Kreis dann auch ordentlich gemacht hat und sowieso gut verteidigt hat. Von daher haben wir das Spiel dann positiv gestalten können. Die Chancenverwertung war ähnlich dem der letzten beiden Spiele, ich will es mal vorsichtig formulieren, sehr ausbaufähig. Nicht nur die vier verworfenen sieben Meter, sondern auch eine Vielzahl an Großchancen. Haben Dormagen immer wieder die Möglichkeit gegeben, das Spiel auch für sich gestalten zu können und dann hängt es dann an ein, zwei Situationen und Gott sei Dank hat Lasse Ludwig dann in der Schlussphase auch von unserer Seite aus das Tor zumachen können und dann haben wir das Spiel positiv gestaltet, aber es hat auch gezeigt, dass der Weg weiter ist. Ja, 23 Tore, die wir nur kassiert haben, glaube ich, waren es am Ende, war dann letztendlich die Abwehr und Torwart der Schlüssel im Gegensatz zum Spiel vorher gegen Coburg, was wir dann verloren haben, aber das war letztendlich dann auch das Ausschlaggebende bei dem Spiel, oder? Ja, würde ich sagen und jetzt müssen wir doch irgendwann mal beides machen. Jetzt müssen wir einmal vorne das so umsetzen, wie wir uns das vorstellen und hinten umsetzen, dass wir dann in der Liga auch eine Chance haben, Spiele positiv zu gestalten. In der Tat, die Abwehr hat wirklich gut gestanden und nochmal, wir haben auch vorne keinen schlechten Handball gespielt, aber wir haben eine Torausbeute, die bei 45 Prozent insgesamt im Spiel lag und damit kannst du im Regelfall auswärts kein Spiel gewinnen. Also musst du schon wirklich nur 23 Tore kassieren, um eine Chance zu haben und das war dann ein Wabangspiel und das war aus meiner Sicht, weil auch Dormann hatte personelle Schwierigkeiten, eigentlich nicht nötig, dass es dann so eng wird, haben dann aber auch gerade auch die erfahrenen Spieler ein, zwei unnötige Würfe genommen, aber darüber werden wir jetzt sprechen und werden nochmal, dass das den Jungs auch nochmal zeigen. Vielleicht auch noch ein Wort zu Max Benecke, war nach meiner Meinung das erste Spiel, wo er auch eine richtige Rolle gespielt hat mit seinen sieben Treffern. Wie hast du seine Leistung gesehen? Also erstmal bin ich völlig bei dir zu sagen, das war jetzt ein Spiel, wo er stattgefunden hat und war auch froh, dass er sich die Bälle genommen hat, dass er wieder Zutrauen in seinen Wurf gefunden hat, wenngleich er in der Effektivität her sich dem Niveau aller anderen angepasst hat, nämlich bei 50 Prozent und runter lag, aber es war eine etwas andere Körpersprache wieder und hat sich auch nicht entmutigen lassen und hat viele Dinge besser gemacht als in den Spielen zuvor und kommt dann hoffentlich jetzt auch langsam in der Liga an. Hat es vielleicht auch mit dem Abwehrsystem des Gegners was zu tun, denn Max ist ja ein Rückraumspieler und Rückraumshooter letztendlich auch gegen offensive Abwehrreihen, tut er sich vielleicht ein bisschen schwerer, ist mein Eindruck aufgrund seiner Statur. Was erwartet uns jetzt für eine Abwehr gegen VfL Eintracht-Hagen? Also ich gehe davon aus, dass das auch ein kompaktes System sein wird, was uns erwartet. Es ist eine extrem ausgeglichene Mannschaft, die anders als viele Mannschaften, die wir gespielt haben, einfach auch viele Wechselmöglichkeiten haben, die nicht so gut in die Saison gekommen sind, obwohl sie von vielen als Mitfavorit um den Aufstieg gesehen worden sind, die namentliche Besetzung der Jungs, das ist schon auch für die zweite Liga allererste Klasse. Trotzdem muss ich das auch finden und das haben sie bis jetzt gegen auch viele schwere Gegner noch nicht ganz so zeigen können. Trotzdem ist das eine Mannschaft, die mit Bietigheim, mit Nordhorn eindeutig auch auf Augenhöhe ist. Und das wird ein richtig schwieriges Spiel gegen eine wirklich sehr erfahrene Handballmannschaft und bin mal sehr gespannt, wie wir uns da zur Wehr setzen können. Um nur ein paar Namen zu nennen, glaube ich Pouja, der im VfL Gummersbach gespielt hat und einer der Top-Torschützen der ersten Liga war vor zwei Jahren jetzt. Dann Philipp Vorliczek, der Nordhorn gespielt hat, erste Liga. Valentin Spohn letztes Jahr noch beim Tusschen Lübeck und Freddy Stüber, nicht zu vergessen. Also das ist wirklich eine abgezockte Mannschaft. Vor wem hast du vielleicht am meisten Respekt? Vor uns selbst. Wir müssen, wie gesagt, das ist eine gute Handballmannschaft, die kannst du die Zweitbesetzung auch gleich hinterher schieben, die alle das Anrecht aufs Spielen haben. Und wir haben nur eine Chance, wenn wir das gleiche Abwehrniveau nochmal hinstellen, dann werden wir es trotzdem nicht bei 23 Toren halten können, weil dafür sind sie einfach zu gut. Wir müssen unsere Effektivität vorne verbessern. Das muss uns gelingen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir gegen solche Mannschaften keine Chance. Also ich bin da eher auf dem Fokus bei uns. Das sind alle Spieler, die uns erschießen können. Jeder Einzelne von denen kann das tun am guten Tag. Wir müssen einfach die Präsenz haben hinten und die Bereitschaft, das auch anzunehmen. Wir brauchen dann ein bisschen das Publikum im Rücken und das nötige Quäntchen Glück, um so ein Spiel gewinnen zu können. Du hast eben schon Dustin Kraus angesprochen, der beim letzten Spiel ausgefallen ist. Werden wir eine Chance haben, ihn zu sehen am Samstag? Wie ist die personelle Situation ansonsten? Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, was das Thema Dustin Kraus angeht. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass er mitspielen kann. Wir werden aber gucken, dass wir wieder die Hilfe von zumindest mal Nils Lichtlein kriegen werden. Das werden wir jetzt mit Jaron und der Füchse-Seite am Freitag besprechen. Weil auch da ist die personelle Situation mit Lasse Andersen etwas angespannt, sodass ich jetzt nicht persönlich glaube, dass wir Mattes Langhoff mit dabei haben können. Das wird sich aber zeigen. Und bei Dustin sehe ich ehrlich gesagt eher schwarz, dass das funktionieren wird. Okay, Karl Rosner und Balou, Gonzales sind ja nach wie vor noch draußen aufgrund ihrer Langzeitverletzungen. Bob, vielen Dank. Dann freuen wir uns auf das Spiel am Samstag gegen VfL Eintracht Hagen, 19 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bis zum nächsten Mal.